Willenkraft ist alles, let's go! Hallo? Doppelpiece, hier ist wieder Tanzen. Alles klar? Ja, und Bruder, ich bin hier gerade am Stream. Ja, ja, alles gut, Diggi. Alles gut, wie geht's dir? Ich muss jetzt auflegen, tschüss. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Das ist echt... Was soll denn die Puppe da wieder, Alter? Boah, das kann nicht sein, Alter. Oh! Ich hab ja nicht mal so ne Haare. Findest du dich eigentlich gut, Hugo? Findest du dich eigentlich selber gut, dass du jetzt im nächsten Satter-Hugo-Video Reaktionen aufs alte Satter-Hugo-Video einfach mit einbaust und die Scheiße nochmal wiederholst? Findest du dich gut? Guck in den Spiegel! Findest du dich gut, Hugo? Was für Joachim Löw? Löw! Alter, Kailus sieht aber so gefährlich aus, Bruder. Liebe Grüße an meine Klasse. Okay. An meinen Hund Kailus. Cool. Du machst das immer. Wenn du alleine bist und ich nach Hause komme, dann hüttest du mir immer einen Kuss. Gib mir einen Kuss. Gib mir einen Kuss. Danke. Ja, hi. I just wanna kiss you. Ja, super. Mein Kuss, IgG. Baba Optik, ehrlich. But I came right now, so baby, kiss me to the phone. Du hast dich auch ins Spiel geschafft. Nicht schlecht. Du dummest... Hey! Bist du blöd? Was habt ihr nicht damit zu tun mit deinen Dreckspiele? IgG. Spiel geschafft. Nicht schlecht. Was? Ich krieg dich mal gestopft von deiner Aufregung. Baba Optik, ehrlich. Ey, wirklich. Ohne Scheiß. Lasst mich doch raus aus eurem Leben. Woop, was bin ich denn mit deiner Figur? Drei Finger! Wie viele Finger sind das? Was? Du hast dich auch ins Spiel geschafft. Nicht schlecht. Bomb-Check. Bruder, Alter. Da fällt mir ein, Alter. Ich wollte mal wieder Streichhölzer kaufen. Ich geb zurück, Junge. Mit mir nicht. Ich geb dir ein Back. Ich geb Back ohne Scheiß. Ihr merkt wirklich, dass ich... Wer ist der Beste im Dissen mittlerweile geworden? Wer ist der richtige Disser? Ich bin... Ich mach Diss-Track wie Sammy Deluxe. Boom, boom, boom. Junge. Wie Sammy Deluxe. I'm Spush Basement. Boom, Junge. Ich bin wirklich ein guter Disser geworden, ne? Ich kenn da nix mehr. Ich nehm auch kein Blatt mehr für den Mund. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich nehm da nichts mehr vor's Maul. Ich bin da... Ich weiß, das ganze Internet... Ich muss einstecken, einstecken, einstecken. Irgendwann ist auch mal... Ist auch mal gut. Schande und F für euch alle, die andere Namen reinschreiben, weil selber nichts geht. Weil selber nix drauf, außer Zahnbelag. Selber nichts drauf, außer Zahnbelag. Drei Meg. Verstehst du? Merkst du den Fehler? Finde den Fehler. Guck in den Spiegel und finde den Fehler im Bild. Ich bin der beste Disser. Ah! Ah! Oh, du frisst grad das halbe Gerät auf. 2 Promille. Jetzt guck ich. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du hier geblasen hast. Da bin ich auch mal gespannt. 2,0 Promille Er ist oben! Er ist oben! Ja! Ja! Nein, nein, nein! Ich bin tot! Ich bin am Ende meiner Kraft! Nein, du und ich auch. Sagen wir nicht, du bist der Schlüssel gestorben. Negativ! Ich muss rein in die Bund... Es ist egal, heute Programmänderung. Ich werde die bunten Spiele spielen. Weil ich kann mir das nicht angucken, wie da einer Holz hackt, wie er ein Baumhaus baut, ohne Baum! Und ich nicht weiß, wie es geht! Er baut ein Baumhaus ohne Baum! Er lässt Holz wachsen! Wie machen die das? So, und da ist der Nächste. Den müssen wir gar nicht festnehmen. Das ist, denke ich, eine Ausreise, oder? Ja, ohne Ruhe. Dann den direkt für zwei Wochen, Digga. Und das war's! So, du Pterner, Alter. Und er ist weg! Wissen Sie, wo das PD ist? Okay, da haben wir den nächsten Kandidaten. Bruder, aber das ist wirklich GTA, RP, Trimec, auf Grundschullevel. Hat der nicht vor mir angefangen, GTA, RP zu spielen? Der kann ja gar nichts! Der kann's ja gar nicht! Und wieder einer weg! Lasst es! Wenn ihr so GTA, RP spielen wollt, lasst es! Geht rein in die bunte Spiele! Aber das ist kein GTA, RP! Jeder Schauspieler von Berlin Tag und Nacht soll zwei Oscars kriegen! Wirklich! Gegen das! Wäre natürlich mega, wenn du uns unterstützen könntest. Also ich hätte tatsächlich ein Projekt aus der Schule. Wenn wir für dich was voten müssen, müssen wir wissen, für wen wir da voten. Was bringt uns das, Ben? Physikschule! Was ist denn das für ein... Komm, lass! Trimex, ich liebe dich! Trimex! Trimex, ich liebe dich! Trimex! Alter, wurde der schnell gebannt! Ich wurde immer noch nicht gebannt! Trimex, Trimex, Trimex! Trimex, Trimex, Trimex! Oh mein Gott, Trimex! Trimex, Trimex! und weg ist er. Hey, roms geht raus an all die Admins! Wir sehen uns! Sh**, jetzt sieht er das. Ich denke immer wenn ich darauf reagiere, sieht das doch keiner mehr. Und der wird sich doch die Videos angucken, guckt sich, Ellotrack, die Videos an! Oh, bist ja dabei, Alter. Jetzt guckt sich... Nein! Ey, Ello Dreck, wirklich. Ich habe seine Telefonnummer nicht. Ich mag ihn, ehrlich, ist Spaß. Wenn ich so mag, ist Spaß, ihr wisst doch selber. Dann mach nicht so, Ello Dreck. Mach einfach nicht so. Peinlich. Komm, jetzt muss ich auch dazu stehen, kennst du das? Kleiner Sinneswandel. Junge, jetzt einfach draufbleiben, draufhauen, draufhauen. Junge, unangenehm, das machst du nicht. Ich bin ehrlich. Ey, Props geht raus an all die Admins. Wir sehen uns. Okay, Ladies and Gentlemen, wir gehen runter. Bunte Spiele, weniger. Was? Hä? Hä? Hm? Man kann sich doch mal einfach vertippen, Alter. Das war keine Absicht, Jungs. Ich habe mich einfach echt vertippt. Man sieht es doch. Und da, ich habe mich einfach vertippt, guck mal. Wisst ihr, jeder kennt es doch. Man tippt schnell. Ich korrigiere nicht. Ich schicke auch so Whatsapps. Ich habe mich einfach vertippt, Alter. Das war keine Absicht. Ich habe mich einfach vertippt, Alter. Ich bin so am Trimmeln. Ich habe einen roten Benz, dank Onlyfans. Ich glaube, ich bin jetzt Millionäre. Heute bin ich prominent. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Can you meet me halfway, baby? Right up the borderline, where I'm gone away. For you. An wen erinnere ich euch, sag mal ganz ehrlich. An welchen mit diesem Kamm, an welchen internationalen großen Streamer erinnere ich euch gerade? Yo, Doc. Ja und? Ist doch gut, oder nicht? Ist doch was Gutes, hä? Hey, you're doing, you're welcome. How are you doing? Me good, you good, then me good. Wohle, ich sehe aus wie er! An der Stelle wieder einfach mal schnell. Gut gemacht. Ich brauche keinen Anschlag. Das wird wahrscheinlich irgendwo landen. Mann, hau ab! Pschsch! Swap up, bitte pop up, wer schreibt denn solche Tränzlieder? Hm? Charlie, Fiener, gut 5er! Ist gut, wir gehen jetzt nicht mehr fort. Ich bin in den Gordig Babanuska, denn ich bin in den Biondo. Meine Amisjentis, ich bin in den Gordig Babanuska, denn ich bin in den Biondo. Ey, so ne Schande! Solche Dolus schaffen es jetzt in die Hugo-Videos! Verdammte Scheiße! Solche Dolus schaffen es da rein! Amnakoyim! Sikerim Adana! Alter! Er schafft es rein! Mö, ist das raus? 1 defleadiv gazillymadiv 1 déseliadiv 111 сделiadiv 1 déseliaden 111 0, 111 116 Euer Oktilion den. Entschuldigung! Immer der Zucker! Sascha auch!!! Ja, geil, Alter, Sascha auch. Ja, genau das beides ist doch das, doch nicht zu ihr. Bist du blöd, oder was, Nico? Schande, ist das wirklich? Schande. Ey, yo, lange Unterhose, wie konnte ich das vergessen? One, two, three, four, five. Auch wieder beim Berger. Einfach ich in diesem Tennisspiel. Ja, also ihr wollt jetzt von mir wissen, wie ich Millionär... Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich kann nix dafür, wirklich. Ich distanzier mich. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das gerade ein Mensch war, sondern ich glaube, dass die Star wirklich... Dass wir da kurz nen Ausflug ins Schlachthaus gemacht haben. Es tut mir wirklich leid, von Herzen. Erst Hose runter, dann der Nächste. Ich guck mir solche Schweinedokus normal nicht an. Kein TOS ist nicht schlimm. Kein TOS... Alter, aber ich sag euch das ohne... Könnt ihr das davon ziehen, dass man geschockt ist? Dass man einfach nur noch geschockt ist? Angst! Man hat nur noch pure Angst. Ja, also ihr wollt jetzt von mir wissen, wie ich Millionär geworden bin. Das ist ganz einfach. Zielstrebigkeit. Ihr müsst absolut zielstrebig sein, weil sonst wird das nicht. Durchhaltend. Nur weil ihr mal einen Niederschlag erlebt, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr aufgeben sollt. Willenskraft ist alles. Willenskraft. Merkt euch das. Oh, da hinten liegt ein Jumphead. Ich weiß nicht, ob ich's riskieren soll. Äh, ich riskier's mit Spider-Man, okay? Ja, okay. Okay, noch ein Versuch. Scheiß, das war so scheiß. Alle, die im Stream sind, ich hab ein Clip auf Insta... Darf ich mal ein Instagram? Ich hab ein Clip auf Instagram, wie ich Mongole geklärt hab. Ist irgendwo noch einer? Oh, das juckt ja keinen. Wo bist du live? Ich bin live auf Tinder? Tinder suchst du eine Freundin. Nee, ich bin live auf Twitch. Ach so, okay. Ich hab einfach für diesen einen Video von Munte, dein Aquarium brennt, einfach 200 Likes. Das ist so viel, finde ich. Sauber, sauber, das ist gut. Ja, ja, ja. Alter, da sind sie doch. Da ist sie doch, die Community. Ich hab 200 Likes. Munte, dein Aquarium brennt. Jungs, doch mal zum Abgleich. Wie alt seid ihr bei mir alle? Wie alt seid ihr hier bei mir? Ja, die über 40. Wir sind alle über 40, haben im Leben viel gesehen. Wir sind alle über 40, haben im Leben viel gesehen. Was passiert, wenn ich 15 bin? Gar nicht. Aber mein Lieber, ey, sei froh. Alle, die hier sind, es sind wenige, die jung sind. Ihr seid, ihr kommt noch dahin. Selber auf eigenen Beinen stehen. Selber. Mal wirklich, wie ich, schön oben bei der Mutter. Das ganze Dachgeschoss ist dann deins. Weißt du, was ich meine? Mutter kommt nicht mehr jeden Tag hoch, Kinderzimmer gucken. Du bist alleine. Du hast dein eigenes. Ich gönne das jedem mit 35, dass er da steht, wo ich bin. Wenn du es nicht schaffst, ist ja auch nicht Schluss. Ich fasse wenigstens cool. Das ist auch ein Gewinn, mit dir mal zu zocken. Das ist wirklich ein Gewinn wie ein Casino. Oh, echt? Sehr gut. Woher weißt du, was ein Casino ist mit 10? Äh, Monte. Super. Okay, gut, gut. Bruder, mit Casino-Content. Ey, 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 ey. Casino-Content-Schmutz. Casino. Bruder, wer macht Casino auf Twitch-Content? Ja, hier. Schande. Schande. Wie heißt das nochmal? Nicht in die Ordner? Nicht in die Ordner. In die Bücher. Müll. Schlotz. So ein Dreck. Wahrscheinlich. Früher war das. Früher saß du jede Woche mit einer anderen Prostituierten hier. Und? Ich weiß nicht, den verstehe ich nicht. Aber ist doch nicht gelogen? Oder nicht? Was beschweren sich jetzt alle? Warum ist das so schlimm? Weil ich ehrlich bin, dass er einfach jede Woche mit einer anderen Prostituierten da saß? Ich habe keinen Durchblick mehr gehabt. Weißt du, die meisten... Ja, pass auf, stimmt nicht. Stimmt nicht. Was stimmt nicht? Open-Fans-Fotos. Nackige Fotos verkaufen. Ist Prostitution. Ist Prostitu... Was ist... Wo fängt Prostitution an? Wo fängt die an? Schlüpfers verkaufen. Zum Schnuppern geben. Das ist alles Prostitution. Jede Woche eine andere, wo du nicht mehr wusstest. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Aber junge, attraktive Frauen aus dem Gewerbe. Und Prostitution ist doch kein schlimmes Wort. Das doch ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Einer macht Prostitution so. Die andere macht Prostitution so. Jeder macht Prostitution. Prostitution ist Prostitution. Nicht schlimm. Jetzt ist so. Auch gut. Gut. Einfach mal alle Frauen, die bei mir waren als Prostituierte, bezeichnen. Ich würde dir gerne sagen, was ist denn das für eine? Was macht die hier für eine dämliche Scheiße im Internet? Digga. Ja, und dann komme halt ich. Soll doch jeder machen, was er möchte. Bruder, ich will auch die E-Zigarette, die traurig wird, weil ich wieder dran ziehe. Wo hast du das her? Seit wann Quarztanzverbot? Seit wann... Oh, der sich die harten Nikotin-Lümmel rein, Alter. Das ist die Zahnbürste. Hä? Was ist denn für eine Zahnbürste, Alter? Das sieht doch aus wie... Das sah doch aus wie eine E-Zigarette. Wer hat denn eine Zahnbürste mit Smiley? Wer hat denn eine Zahnbürste mit Elektrosein? Wann gibt es das denn? Ist das sein Placement? Macht ihr im Stream, ihr kauft euch die Zahnbürste-Placements? Das kann doch ich nicht wissen. Wo siehst du, dass das eine Zahnbürste ist? Oh, soll doch jeder machen, was er möchte. Bruder, ich will auch die E-Zigarette, die traurig wird, weil ich wieder dran ziehe. Wo hast du das her? Seit wann Quarztanzverbot? Seit wann... Au, der sich die harten Nikotin-Lümmel rein. An dem Bluetooth erkennt man es. Weil meine Zigaretten... Meinst du, meine hat kein Bluetooth oder was? Ich kann mich einlocken, so und so viel Schachteln habe ich am Tag gezogen. Jedes Gerät heutzutage hat Bluetooth. Was hat denn kein Bluetooth? Vibrator hat kein Bluetooth. Aber da kennst du aber, da bist du auch... Natürlich hat man den Vibrator auch Bluetooth. Hat der auch? Alle Geräte haben Bluetooth. Sogar Weinkühler hat Bluetooth. Okay, Duschkopf. Gibt's bestimmt auch mit... Geh weg. Ja! Ja, was gibt's nicht, Alter? Duschkopf, Bluetooth! Sag mir ein anderes. Sag mir ein anderes. Gibt's alles, alles davon. Ja, ja, ja. Ist doch gut, Alter. Ich kann schon. Gibt's alle. Fahr mit Bluetooth. Gucken. Fahr mit Bluetooth. Mir braucht keiner kommen. Es gibt... Gartenschlauch, Bluetooth. Glaubst du, gibt's nicht, ja? Bluetooth, Gartenschlauch. Bluetooth, Gartenschlauch. Habt ihr noch eine Frage? Noch eine Frage. Lernt das Leben von mir. Learn it. How to live. Alter. Das ist die Zahnbürste. Ja, nee, es ist Schauber. Oder so viel Formel 1. Überall Formel 1. Vielleicht muss ich wirklich mal Formel 1 spielen. Aber Jungs, für mich ist in ein neues Spiel zu gehen ein Riesenakt. Wisst ihr, was ich meine? Man muss ja auch das Lenkrad kaufen und so. Oder spielt ihr gar nicht mit Lenkrad? Nee, es ist wirklich crazy. Ich muss mal irgendwann einen bunten Abend machen oder sowas. Das wäre was. Ich weiß gar nicht, warum so viele auf Autorennen mittlerweile wieder stehen. Das war doch auch weg vom Fenster. Wer fährt Autorennen? Es gibt doch gar keine Autorennspiele mehr. Das spielt doch kein Schwein mehr. Sascha hat wieder damit angefangen. Langweilig. Ich finde es auch. Sascha hat wieder angefangen mit dem Ding. Gerne eure Quick Prime Subs jetzt. Ruhe. Sache spendet. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Danke für das süße Kompline. Alge. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3. Ich liebe dich auch, mein Schatz Andrea Kleiner als 3.